Ich bin Künstler aus Berlin und heute wird es mal wieder richtig verschärft. Und zwar habe ich angefangen mein Setup nach und nach so ein bisschen technisch nachzurüsten, weil ich mit der Gesamtqualität nicht mehr so richtig zufrieden war. So habe ich das bisher gelöst und zwar ist das einfach nur meine Kamera, die mit einem USB-Kabel verbunden ist und deshalb ist die Qualität halt nicht so dolle. Da drin ist natürlich noch so ein Akkudingeldongel, damit ich genug Strom habe und das Ding nicht ausgeht während des Malens. Wer schon so ein paar meiner Zeitraffer-Videos gesehen hat und mal ein bisschen darauf geachtet hat, hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Qualität zu wünschen übrig lässt. Deshalb habe ich jetzt ungefähr einen Monat Miet in die Kamera hier investiert, damit ich euch meine Kunst in Zukunft in HD präsentieren kann. Für die neue Kamera fehlt mir auch so ein Netzteil Dingeldongel, damit ich genug Strom habe. Die läuft bisher nur über Akku, aber hier mal ein kleiner Vergleich, wie es halt früher aussah, das Bild und wie es jetzt aussieht. Nebenbei kriegt ihr hier noch einen kleinen Vorgeschmack darauf, woran ich gerade arbeite und wenn ich das fertig alles eingestellt habe, dann sollte das Bild fast so scharf sein wie du.